hallo meine lieben herzlich willkommen hier in der oberen ecke der zocker rüber und was wir heute machen ist mal ein bisschen anders als sonst und zwar möchte ich euch heute so ein bisschen tutorial mäßig was mit auf dem weg geben und zwar wie ich meine thumbnails mache wie ihr gesehen habt habe ich vor einigen wochen meine thumbnails geändert erst mal prost dafür hier kommt natürlich wieder mein wein ins spiel und dann hatte ich von irgendjemanden hatte ich dann gehört hey mensch dein thumbnail hat mich inspiriert meine eigenen thumbnails zu überarbeiten und jetzt habe ich mir gedacht mensch mach so einfach mal ein video darüber wie ich meine thumbnails machen das machen wir heute zusammen und zwar in photoshop mache ich meine sachen ich habe ein cloud abo und habe da photoshop cc 2014 und wir liegen jetzt mal direkt los datei und ich werde jetzt erst mal eine neue datei anlegen und die nenne ich auch thumbnail und werde dort die breite und höhe erst mal ein bisschen anpassen 1280 x 720 in breite und höhe und dann die auflösung die ende ich auf 72 deswegen breite und höhe 1280 und 720 die youtube thumbnails werden glaube ich auf diese größe runter gerendert das heißt wenn ihr was größeres habt dann wird das runter skaliert wenn ihr was niedrigeres habt wird das glaube ich hoch skaliert ich habe keine ahnung das reicht auf jeden fall vollkommen ihr habt genügend arbeitsplatz und die auflösung 72 die erreicht deswegen vollkommen weil es sich hier um ein web dokument handelt das heißt das ganze wird im web dargestellt es müsste natürlich eine höhere auflösung haben wenn ihr irgendwie in print unterwegs seid aber das reicht hier vollkommen aus dass sie top aus das muss nicht hochauflösend sein reicht vollkommen 72 hintergrundinhalt mache ich mal auf weiß weil ich möchte ganz gerne die effekte wie zum beispiel schlachtschatten und so möchte ich ganz gerne sehen wie das denn aussieht wenn ich jetzt hier schon den transparenten hintergrund einstelle so wie ich immer am ende dann haben will dann würde ich nicht genau sehen können wie es dann am ende auf youtube aussieht denn youtube wenn ihr ein png hochladet mit einem transparenten hintergrund youtube setzt einen weißen hintergrund dahinter und da wird dann natürlich so ein schlagschatten oder sonstiges dann auch erkennbar ich klicke ok und wir haben unser hintergrund den lasse ich natürlich auch einmal so und habe jetzt gerade hier noch mein pinsel werkzeug und gehe mal jetzt auch direkt schon hier unten rechts auf dieses kleine blatt papier da kann ich eine neue ebene hinzufügen und diese neue ebene mit doppelklick in ebene 1 kann ich umbenennen und das ganze wird dementsprechend heißen sprechblase jetzt werden wir nämlich eine sprechblase hier hinzufügen und zwar in links in meiner werkzeugleiste ganz links habe ich das eigene form werkzeug tool das könnt ihr auch über u erreichen und dort werde ich jetzt mal meine form rauspicken ich habe die sprechblase schon drin ich habe einiges an formen drin und die sprechblase ich weiß gar nicht ob die mit photoshop mitkommt ihr könnt hier oben über dieses kleine zahnrad könnt ihr wenn ihr drauf klickt euch alle formen die mit photoshop mitkommen anzeigen lassen und die laden sich dann alle in diesen großen bereich hier rein ich glaube die sprechblasen sind sogar mit da drin gewesen und die werde ich jetzt einfach auch mal auswählen sprechblase ist ausgewählt das sehe ich darin dass ich jetzt hier ein werkzeug habe so ein sonnen ja wie so eine art wie nennt man das fadenkreuz und könnte jetzt die sprechblase aufziehen ich möchte aber erst noch gucken die kontur hier oben in dem reich möchte ich einstellen und zwar habe ich jetzt gerade eine schwarze kontur gewählt da möchte ich auch dass es so bleibt und ja das soll so bleiben und die kontur dicke kann auch ruhig auf 4 pt bleiben fläche soll dementsprechend nichts beinhalten die will ich nämlich frei haben weil da soll ja nachher mein hintergrund bild rein jetzt klicke ich hier in mit der sprechblasen ebene rechts ausgewählt klicke ich hier auf mein canvas so nennt es sich also die ja wie soll man sagen die canvas was heißt das noch mal auf deutsch vorhin hatte ich es noch das wort die also der bereich in dem ihr zeichnet oder in dem er etwas macht und setze es etwas unterhalb der äußersten ecke an halte maustaste gedrückt ziehe meine auswahl auf bis ja circa so also es soll nicht ganz an den rand perfekt da haben wir schon und jetzt passiert nämlich folgendes sobald ich los lasse seht ihr hier diese anker punkte überall wo ich gerade mal die maus drüber kreisen lasse diese anker punkte könnt ihr noch bewegen das heißt ihr habt noch die möglichkeit diese form zu individualisieren das kann ich machen über mein direkt auswahl tool normalerweise habt ihr das tool diesen schwarzen zeiger in eurer werkzeugleiste links wenn ihr drauf klickt und gedrückt haltet öffnet sich aber so ein sub-kontext menü und ihr bekommt dieses direkt auswahl werkzeug und damit kann ich zum beispiel diese anker punkte anfassen und ihr seht wenn ich auf einen anker punkt klicke bekomme ich dementsprechend diese ja diese werkzeuge hier die ich anfassen kann und ich kann jetzt einmal natürlich den anker punkt selber bewegen das heißt der unterbereich meiner sprechblase würde sich verändern und ich würde das hier etwas größer aufziehen und ihr könnt dann auch die linien die anker punkt und den nächsten anker punkt verbinden noch durch ziehen dieser ja wie soll ich sagen diese anderen kleinen striche verändern das heißt ich könnte das jetzt zum beispiel bauchiger machen oder ich könnte auch sagen es soll mehr ja ein bisschen mehr geschwungen sein anker punkt selber zieht dann den anker punkt einmal umher so so gefällt mir das aber eigentlich schon ganz gut ich sage enter und dann ist meine auswahl schon wieder abgewählt perfekt da haben wir schon mal unsere sprechblase als nächstes kommt ins spiel unser bild und dazu mache ich eine neue ebene hier unten rechts benenne die bild und ziehe die einmal zwischen hintergrund und sprechblase und jetzt gehe ich oben einmal auf datei und öffne mir ein anderes bild und zwar möchte ich gerne dieses bild mit meinem world of warcraft magie haben doppelklick und eröffnen wir das in einer neuen datei hier oben in photoshop mit strg a kann ich einmal den gesamten inhalt auswählen und mit strg c werde ich das einmal kopieren und schließe jetzt auch hier an dem kleinen x dann wieder meine mein bild jetzt ist es natürlich wichtig dass er das hier auch einfügt in diese ebene dass ihr auf diese ebene geklickt habt ihr sagt strg v für einfügen und erfügt das bild in die ebene bild ein ist natürlich jetzt so ein bisschen größer als meine eigentliche leinwand genau das war das wort was ich vorhin gesucht habe und wenn ich in meiner werkzeugleiste auf mein verschiebe werkzeug gehe was ihr natürlich auch einmal mit v dann auswählen könnt verschiebe ich mein maria mal eben so dass der so ein bisschen mittig ist und dass der kleine kerl hier hinten auch noch mit auf dem bild ist so kann es gehen perfekt und jetzt möchte ich alles das was um diese sprechblase herum ist möchte ich gerne weg haben da brauche ich aber jetzt nicht mit dem radiergummi dran rumfummeln weil das wird ja 100 jahre dauern bis ich das mal alles akkurat wegradiert habe sondern mit meinem bild immer noch ausgewählt klicke ich jetzt mit gedrückter strg taste einmal auf dieses kleine kästchen vor sprechblase und er wählt mir einmal dann die sprechblase aus jetzt möchte ich aber den äußeren bereich löschen wenn ich jetzt löschen sagen würde würde er mir alles innerhalb dieser sprechblase rauskicken das will ich aber nicht deswegen wechsel ich jetzt einmal auf mein auswahl werkzeug hier links und sage mit rechtsklick in meine sprechblase er soll mir bitte die auswahl umkehren und jetzt ändert sich einmal die auswahl und zwar dass er alles auswählt im äußeren bereich sprechblase jetzt kann ich die lied drücken und schon ist es weg also die lied ist die taste beziehungsweise löschen die über der enter taste also die mit dem pfeil nach links super jetzt habe ich hier eigentlich alles schon mal weg perfekt aber es ist noch nicht alles weg und das zeige ich euch jetzt wenn ich hier unten links mal kurz von 100 auf 50 prozent ändere und mit strg mal in mein magier bild klicke seht ihr oh oh da ist ja noch was und zwar noch der rest der pixel die außerhalb von meiner leinwand liegen die will ich natürlich jetzt auch weg haben und das mache ich mit meinem crop werkzeug also das freistellungs werkzeug das crop werkzeug erlaubt es mir dass ich jetzt zum beispiel hier eine auswahl aufziehe all das was in meinem meiner leinwand liegt und jetzt blendet er mir dann auch den bereich außerhalb ein das heißt ich sehe jetzt einmal alles was hier drin liegt das möchte ich jetzt natürlich auch weg haben ich möchte echt nur den bereich haben der hier drin liegt den ich ausgewählt habe mit enter bestätige ich und er hat einmal alles weg gehauen was außerhalb meines meiner leinwand lag und dann kann ich hier unten wieder auf meine 100 prozent wechseln perfekt so was haben wir als nächstes jetzt möchte ich nämlich gerne und das wäre nämlich mit dem mit der anderen version wäre es nicht so gut gelaufen wenn ich doppel klicke auf mein bild oder auf die ebene da bekomme ich meinen ebenen stil und ich möchte nämlich jetzt ganz gerne dass mein meine sprechblase einen schlagschatten bekommt und das kann ich hier ganz unten machen so dass sich das so ein kleines bisschen von unserem weißen hintergrund absetzt den schlagschatten kann ich jetzt natürlich noch verändern in der transparenz in der farbe und so weiter das werde ich auch gerade mal tun ich werde den mal in ein dunkleres grau ziehen dass es nicht ganz schwarz ist ich werde aber alles andere so lassen und sage einmal okay super hätte ich die pixel außerhalb vorhin nicht gelöscht dann hätte ich hier oben auch noch einen schlagschatten gehabt weil hier drumherum ja auch noch pixel lagen und die dann auch noch mal einen schatten werfen das wäre also nicht zum ergebnis gekommen was ich ganz gerne hätte sondern ich wollte ja wirklich nur einen schlagschatten um unsere eigentliche auswahl auf der leinwand somit müsste man dann wirklich die pixel die drumherum sind auch noch mal löschen weil sonst habt ihr hier nämlich auch noch einen schatten an dem oberen rand oder hier am linken rand wäre auch noch ein schatten gewesen weil das licht von oben links runter fällt und das sieht halt einfach scheiße aus deswegen da einmal alles löschen so super das bild haben wir drin jetzt wollen wir natürlich das logo haben ich mache eine neue ebene und diese ziehe ich mit gedrückt gehaltener linken maustaste einmal an den oberen rand doppelklick auf den namen und sage logo hier soll jetzt einmal das logo rein und wechsle dann wieder auf datei öffnen und suche mir einmal mein logo habe ich es denn in images und dann hier unten ich könnte jetzt auch den scheißhaufen einlegen aber das möchte ich nicht doppelklick auf mein logo und schon bringt er mir die logo datei hier auch wieder strg a um alles auszuwählen strg c um es einmal zu kopieren und dann kann ich auch schon wieder das logo am kleinen x schließen und strg v fügt er es mir in meine logo ebene ein jetzt haben wir ein problem das logo ist natürlich jetzt riesig und das möchte ich ganz gerne verkleinern um das zu verkleinern brauche ich wieder mein auswahlrechteck werkzeug ich klicke mit rechts in das logo und wähle hier einmal dass ich die ebene transformieren möchte wichtig dabei ist dass es proportional transformiert wird dass ihr die shift taste gedrückt haltet dann wird es proportional verkleinert oder vergrößert wenn ihr die shift taste nicht gedrückt haltet dann seht ihr was passiert dann werden die proportionen nicht beibehalten und es ist da natürlich schwierig die freihand wirkt nicht zu behalten deswegen drücke ich da immer shift bei und shift gedrückt halten und da werden dann natürlich auch die proportionen einmal dementsprechend beibehalten ziehe das logo auf eine schöne größe so perfekt enter und schon ist das dementsprechend verkleinert worden das logo soll jetzt natürlich auch einmal einen ähm wie soll ich sagen soll jetzt auch einmal eine umrandung bekommen und auch einen schlagschatten deswegen klicke ich auch wieder doppelt auf die ebene bekomme meine ebenen stil und sage jetzt erstmal du kriegst eine kontur zack schwarz ist mir ein bisschen zu dick das heißt ich werde die konturgröße hier einmal kleiner stellen doppelklick in die pixel anzahl und wenn das blau unterlegt ist ziehe ich einfach oder bewege einfach das mausrad nach unten und schon wird da die kontur verkleinert kann ich auf ja ich mach mal auf drei ja okay auf drei gut das ähm können wir auch noch die position ändern wie sieht das denn aus wenn wir die position von außen nach innen ändern ja das sieht schon etwas besser aus ne ja außen innen das sieht ja ich weiß nicht ob es akkurat ist mitte mitte ist glaube ich noch besser außen ist wirklich drum rum mitte ne außen ist doch besser weil dann sehe ich nämlich hier auch noch den eigentlichen logorand sonst wird das nämlich hier abgeschnibbelt das sieht nicht so schön aus dazu natürlich noch ein schlagschatten den ändere ich in der farbe auch wieder auf ein dunkles grau und dann möchte ich noch gerne einen schein nach außen haben dass es so ein kleines bisschen leuchtet dieser schein nach außen den kann ich hier in der farbe einmal ändern und zwar möchte ich nicht so ein kräftiges gelb ich möchte ein bisschen weißer ja vielleicht ganz klein bisschen gelb und da möchte ich die deckkraft auch ein bisschen runter stellen dass es nur so ein klein wenig leuchtet vielleicht auf 60 die größe will ich natürlich auch nicht so riesig haben gucken wie es aussieht soll schon etwas leuchten aber nicht so mega viel ja ich glaube 13 reicht auch schon das ist ganz okay und sage hier jetzt einmal okay schon haben wir unsere ebenen stile für dieses logo das heißt der nächste punkt ist unser folgen titel oder unsere folgen nummer so neue ebene erstellen die nenne ich folgen golgen nummer folgen nummer und in diese gehe ich jetzt mit meinem text werkzeug ein was ich hier habe das kleine t okay und ich habe einen text kompakter bd bt bold den werde ich jetzt einfach mal benutzen 180 pt das kann auch bleiben das ist recht groß aber ich werde die farbe ändern und zwar wenn ich in den in die farbe einmal klicke werde ich mir eine farbe auswählen die in diesem logo hier schon drin ist und zwar dieses gelb okay das orange ist auch hier bei ihm drauf ne von daher wird das glaube ich auch ja würde passen obwohl na das ist ein bisschen zu nehmen wir das das schöne ist sobald ihr mit diesem farbwähler textfarbe in euer bild geht seht ihr so eine kleine pipette und damit könnt ihr sobald ihr auf eine farbe klickt die farbe übernehmen so dann klicke ich einmal hier in mein projekt rein der cursor blinkt wunderbar raute 01 perfekt und mit meinem verschiebe werkzeug werde ich das einmal an die richtige position bringen und werde jetzt einmal gucken ob mir das so gefällt denn ich habe die möglichkeit wenn ich wieder auf das text werkzeug wechsel den text nochmal zu markieren und dann hier über mein text tool das kleine a rechts oder das zeichentool wenn ihr das nicht habt könnt ihr das über fenster oben in der menüleiste zeichen einmal einblenden dann setze ich das hier mit rechts an die auswahlleiste möchte ich ganz gerne gucken ob dieser abstand zwischen den zahlen ganz gut ist normalerweise steht das nämlich auf null dann sind die alle ein bisschen enger zusammen aber wenn ich den abstand hier dann nochmal auf 50 setze ja 50 ist okay und klappe das hier an den beiden pfeilen wieder ein perfekt jetzt möchte ich einmal diesen text rastern und das hat folgenden grund weil ich nachher noch effekte auf diesen text legen möchte muss ich ihn vorher rastern sonst geht das nämlich nicht rastern kann ich ihn indem ich mit dem rechtsklick auf die ebene klicke und sage text rastern dann wird er zu einer normalen ebene gerastert und dieser ebene kann ich jetzt auch sagen bitte übernehme jetzt zum beispiel die effekte von dem logo und zwar mit einem rechtsklick auf die logo ebene ebenen stil kopieren rechtsklick auf die folgen nummer ebene ebenen stil einfügen und schon haben wir die gleichen stile die auf dem logo liegen perfekt im grunde haben wir jetzt eigentlich schon unser komplettes logo mehr oder weniger oder unser thumbnail fertig aber als kleiner hinweis noch wenn ihr jetzt zum beispiel diese folgen nummer so ein bisschen zerstören wollt so ein paar risse drin haben wollt oder sonstiges dann könnt ihr das so machen dass mit diesem gerasterten text ihr darüber eine ebenen maske macht und die findet ihr hier unten rechts neben dem fx button das ist dieses kleine blatt mit dem loch drin ebenen maske und die wird dann auf die ausgewählte ebene die ihr habt hinzugefügt jetzt kann ich mit strg taste mit der gedrückten strg taste meine ebene hier einmal anwählen und ihr seht er wählt auch wirklich nur das also meinen ursprünglichen text aus dass er die die stile oder die effekte die darauf liegen die liegen außerhalb der auswahl wenn ich erst die stile auf die zahl gepackt hätte wo sie noch eine ja ein text fällt war dann hätte er jetzt nachdem ich das gerastert hätte die effekte mit einbezogen in die auswahl und das hätte nicht wirklich akkurat ausgesehen so jetzt machen wir nämlich folgendes mit dem mit der ebene maske angewählt dass dieser kleine diese kleinen weißen brackets da drum sind gehen wir jetzt mal auf unser pinsel werkzeug wählen einen pinsel aus und zwar habe ich hier einen pinsel der so ein bisschen ja ich sag mal länger aussieht dazu könnt ihr einen normalen pinsel wählen also so einen runden mit einer scharfen kante und den könnt ihr hier oben könnt ihr den zum beispiel an diesen kleinen punkten dünner ziehen und ihr könnt den auch drehen an diesem pfeil und ich möchte jetzt mit diesem pinsel mal hier so ein paar kleine cracks also so kleine witterungs dinge oder wie auch immer einziehen und wenn ich nämlich jetzt hier klicke ja meine deckkraft ist nicht ganz auf 100 prozent sehe ich gerade vom pinsel das heißt die stelle ich jetzt mal komplett hoch wenn ich jetzt hier klicke seht ihr wie der pinsel mir hier dementsprechend die ebene weg maskiert und das sieht jetzt nicht so ganz so aus wie ich das gerne haben möchte das heißt ich mache das nochmal eben rückgängig möchte ganz gerne auswahl klicke jetzt aber dann nochmal auf meine richtige auswahl nehme die auswahl nochmal weg ups jetzt macht das natürlich andersrum ich muss natürlich auch darauf achten das hat sich glaube ich gerade umgestellt dass meine farbpalette meine vordergrundfarbe muss auf schwarz stehen damit das weg maskiert wird und deswegen klicke ich hier einmal auf dieses kleine zeichen wo das schwarze und das weiße die weiße palette hintereinander liegen und wenn ich jetzt hier rein klicke geht es immer noch nicht so wie ich es will das heißt ich darf dort doch nicht die auswahl treffen oder jetzt hat also ich darf keine auswahl auf ausgewählt haben also nicht mit strg hier rein klicken sondern es muss ganz normal einfach nur zu sehen sein und muss hier einmal auf meine ebenen maske natürlich klicken damit diese brackets da sind und ich muss schauen dass meine vordergrundfarbe schwarz ist weil das die farbe ist die dann dementsprechend maskiert und zwar maskierte jetzt auf der ebenen maske einmal das raus was dahinter liegt auf unserer normalen ebene heißt also ich kann hier jetzt so kleine cracks reinbringen wie ihr seht wenn ich da drüber male ich mal da jetzt einfach mal so ein bisschen was rum gehe noch mal in meinen pinsel verstelle den gerade mache den noch mal ein bisschen kleiner füge hier noch mal ein crack rein und hier eventuell dann mache ich hier noch mal ein bisschen was kaputt dann nehme ich hier noch mal was weg und wir können auch den pinsel so verändern dass wir ihn wieder runter ziehen vielleicht noch ein bisschen kleiner machen und dann sowas wie einschuss löcher noch vornehmen hier zum beispiel was weg oder hier dann können wir hier noch was kaputt machen dann machen wir hier noch was hier können wir noch was kaputt machen so könnt ihr richtig schön einmal euren text so ein bisschen zerstören und ihm einmal euren individuellen touch mit geben super das sieht doch aus kann man echt machen und da könnt ihr euch echt auslassen ohne ende was wir jetzt noch machen könnten wäre eine weitere ebene hinzufügen und in dieser ebene klicken wir auf unsere ebene darunter das heißt auf unsere ebene der zahl dass die zahl wieder ausgewählt wird und mit der oberen ebene angewählt wählen wir jetzt noch mal einen anderen pinsel aus vielleicht einer der so ein bisschen so dreck generieren soll ich habe hier jetzt auch wie gesagt mehrere pinsel drin mehrere pinseltypen und ich will jetzt einfach mal so ein bisschen sonst zerstörten mach den ein wenig größer die deckkraft setze ich mal etwas runter und vordergrundfarbe schwarz und dann male ich mal in die ebene rein seht ihr das das heißt ich kann jetzt hier zum beispiel auch so ein bisschen dreck hinzufügen wenn ich wollte kann jetzt auch noch mal einen anderen pinsel wählen zum beispiel könnte ich jetzt hier noch mal diesen pinsel wählen der ist natürlich jetzt etwas groß das heißt dann mache ich noch mal was kleiner und gehe dann hier auch noch mal drüber und ihr seht mit jedem klick verändert der sich da kann ich dann auch noch mal etwas dreck hinzufügen das passt jetzt vielleicht nicht so richtig zu wo w ok aber ihr seht ich male jetzt ja auch nur hier in dieser ebene das heißt in auf der ebene natürlich meines pinsels aber nur in dem bereich der zahl das heißt dahinter auf dem hintergrund wo ich jetzt male das sieht man gar nichts echt eine super sache um so ein paar sachen für euch äh zu generieren für eure thumbnails sobald ich jetzt mit strgd meine auswahl abwähle sehen wir auch nur noch unsere ja unsere ebene das heißt das kann ich jetzt auch mal eben dreck nennen und ich könnte jetzt auch hier zum beispiel den mischmodus verändern das heißt wie dieser dreck drauf abgebildet ist der ist jetzt normal den könnte ich jetzt zum beispiel auch mal auf multiplizieren setzen oder auf ineinander kopieren dann seht ihr wie das in das gelb kopiert wird und sich der dreck zu so einem art orange verändert oder ich könnte auch sagen abdunkeln ja dann wird die ganze sache etwas dunkler gemacht ist aber glaube ich auch ähnlich wie normal könnte linear abfedeln sagen da sieht man gar nichts mehr also die verschiedenen ebenen stile sind das kann die deckkraft hier nochmal ändern wie stark der effekt da drauf sitzen soll indem ich einfach hier vorne an der deckkraft ziehe und somit kann ich wirklich dort einmal alles individualisieren indem ich diese ebene jetzt auch einfach vielleicht nochmal einmal runter ziehe auf ebene duplizieren das heißt hier auf dieses kleine neue ebene tool macht mir macht er mir eine neue dreck kopie und die könnte ich jetzt wiederum mit einem anderen mit einer anderen mischung hier reinlegen zum beispiel könnte ich jetzt sagen hart mischen oder sowas je nachdem was ihr dort benötigt so kann man das dann dementsprechend aufeinander abstimmen ich lösche die gerade noch mal weil wir brauchen nur eine und somit haben wir heute schon unser erstes thumbnail gemacht ich blende den hintergrund einmal aus so dass wir jetzt hier einen transparenten haben und werde das ganze über datei speichern unter einmal als png datei speichern das heißt ohne hintergrund und nenne das ganze dann einmal auf meinem desktop thumbnail wow speichern und dann schauen wir mal kurz rein haben wir es hier als thumbnail drin wenn ich jetzt doppel klicke seht ihr haben wir einmal unser thumbnail dementsprechend abgespeichert ich öffne es noch mal mit windows ja doch windows foto anzeige macht mir immer hier so einen komischen gelben rand ja so könnt ihr in photoshop schnell mal ein thumbnail bauen mit richtig geilen effekten und das richtig schön individualisieren ich freue mich wenn ihr zugeschaut habt bis zum schluss und lasst mir kommis da lasst mir fragen da die ihr habt wenn ihr möchtet schreibt mir auch neue ideen was ich vielleicht sonst noch machen kann oder zeigen kann und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder mal gucken was ich dann mache ich weiß es noch nicht hoffe es hat euch gefallen und sage euch erstmal bis dahin alles gute und viel spaß beim thumbnails machen ciao